Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Ich will gerade mal gucken, ob wir hier irgendwelche Brote oder so schon freischalten können. Könnten wir Fladenbrot mit Zwiebeln und Fladenbrot. Das kostet 100. Das schalten wir mal frei, das schalten wir mal frei. Mehrkornbrot fehlt mir noch, Technologie. Für alle anderen Sachen fehlen mir noch Technologie. Achso, wir haben auch noch Tarten und sowas. Kuchen, da fehlt mir mit Sicherheit noch Technologie. Ja, aber sowas von. Und Pasteten. Da fehlt mir auch noch Technologie. Aber wir haben jetzt schon mal Rührei. Das ist doch schon mal ein Anfang. So, Eier und Rühreier. Bin gerade am überlegen, ob wir jetzt die Quest hier noch machen. Dann würde ich da noch mal hinreiten. Hedi, nehmen wir dich mit. So. Man sollte nicht im Stall aufsteigen. Aber in dem Fall machen wir das einfach. Sollte man nicht, weil wenn das Pferd dann... Oder der Esel aus irgendeinem Grund dann bocken sollte. Und ist das sehr gefährlich, wenn man das im Stall macht. Oder in der Box. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt die Unterschiede zwischen Wojciks und Nazibors Häusern finden. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass ich richtig lag. Aber dann notiere ich mir das jetzt einfach mal. Und dann gucken wir mal, wie das ausschaut. Und dann hätten wir nämlich so die großen Quests, denke ich, das meiste auf jeden Fall mal durch. Also ich weiß jetzt nicht, was noch an Quests kommt. Aber dann können wir uns ein bisschen mehr darauf konzentrieren, unser Dorf zu entwickeln. Als wir das aktuell der Fall ist. Freue ich mich dann auch schon drauf. Ich meine, ich mache die Quests super gerne. Das sind auch tolle Quests, also gefallen mir sehr gut. Da, das Fischer-Ding, das hatten wir schon. Das haben wir schon gelootet. Da geht's noch Skawky. Genau hier den Weg lang. An dem Bären hier vorbei. Den wir da im Idealfall nicht triggern. Dann haben wir noch die NPC-Quest. Ich muss auf jeden Fall mal das Holzrad machen. Und müssen wir einen Wiesent jagen? Oder müssen wir vielleicht einen Holzwiesent? Müssen wir den vielleicht kaufen? Hm. Aber ich fürchte ja immer noch, wir müssen den jagen. Weil das schon eine komische Kombination ist. Bauer ein Holzrad und wir jagen Wiesent. Hm. Hm, hm, hm. Sag ich da nur. So, dann parken wir Hedi mal gleich. So. Einmal Hedi parken. Bin gleich wieder da. Muss ja gerade noch einen Schluck trinken. So, jetzt gucken wir aber noch mal die Häuser ganz genau an. Da ist ein Hahn. Da ist eine Taube. Ähm, ich brauche gerade mal was zum Schreiben. Weil das würde ich jetzt... Hahn... Taube. Taube. Da... Das ist ein Dachsfell, oder? Doch, das ist Dachs. Das Licht... Hängt, meine ich, ein bisschen höher. Hm. Können wir das in der Perspektive vielleicht besser beurteilen. Nicht wirklich. Ich weiß gar nicht, sind die... Äh, ne, die Wände sind auch alle unterschiedlich, oder? Es würde bis... Also wenn das gleich ist, dann hängt das Licht hier auf der Höhe. Da haben wir den, äh, 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 das Rentier. Wir haben einen Bärenfellteppich. Da haben wir einen Schafspelz. Äh, 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 Gänseblümchen. Und wir haben genau ein Regal. Keine Fensterbretter. Außer die sind außen. Hier ist keins. Hep. Da ist auch keins. Okay. Dann gehen wir mal rüber zum Naziborshaus. Kein Fensterbrett. Kein Fensterbrett. Das ist ein Wolfspelz. Und die Lampe hängt tiefer. Da hat er auch einen Hahn. Da hat er einen Hirsch. Schaf. Schaf. Auch hier ist ein Bär. Da hat er, ähm... Wie heißen sie? Löwenzahn. Und da hat er ein Eichhörnchen. So, und hier haben wir kein Fensterbrett. Da haben wir ein Fensterbrett. Okay, das war vielleicht der Fehler. Das war vielleicht der Fehler, den wir hatten. So, Wojcik. So, er hat versucht zu beweisen, dass es Unterschiede gibt. Du hast einen... Er hat einen Hirschschädel. Du hast einen Elchschädel. So, er hat Löwenzahn. Du hast Gänseblümchen. Du hast einen Bärenfellteppich. Die Teppiche sind dieselben. So, deine Kerze hängt höher als seine. Äh, außerdem hängt ein Teppich an der Wand. Du hast ein Dachsfell über dem Bett und... Äh, nicht über dem Bett. Hängt ein Teppich... Du hast ein Dachsfell über dem Feuer und er hat ein Wolfsfell. Du hast ein Taubenrelief über der Tür und er hat ein Eichhörnchen. Du hast ein Taubenrelief und er hat ein Eichhörnchen. Er hat ein Regal unter dem Fenster. Und diese Unterschiede sollen mich beruhigen und seinen Standpunkt beweisen? Er glaubt schon. Nun, ich glaube, du hast ein paar Fehler gemacht. Was ist denn daran falsch? Verstehe ich gerade nicht. Moment. So, jetzt habe ich mich mal schlau gemacht und die Antworten rausgesucht. Jetzt muss ich mal gucken, was wir da falsch machen. So, er hat versucht zu beweisen. Hier, er hat einen Hirschschädel, du hast einen Elchschädel. Hatte ich das vielleicht falsch? Also, das ist die Antwort 2. Hier ist die Antwort 3. Das hatten wir. Er hat Löwenzahn, du hast Gänseblümchen. Hier soll die Antwort 4 sein. Die Teppiche sind dieselben. Das ist richtig. Die Kerzen sind auf dieselbe Art platziert. Und, okay. Für mich sah das unterschiedlich aus. Da hätten wir 3. Es hängt außer dem Teppich an. Da waren, du hast ein Dachsfell über dem Feuer. Das ist richtig. Du hast ein Taubenrelief. Er hat ein Eichhörnchenrelief. Und, er hat ein Regal unter dem Fenster. Okay, dann war das mit den Lampen falsch. Diese Unterschiede sollen mich beruhigen. Wahnsinn. Ich bin beeindruckt. Wie viele Sachen hat er verändert? 5. Sag ihm, diese Unterschiede machen für mich keinen Unterschied. Er soll lieber abhauen. Dann werde ich wohl nochmal mit ihm reden. Halleluja. Okay, für mich sahen die Lampen unterschiedlich in der Höhe aus. Da hinten ist der. Aber gut. Das hätten sie ein bisschen deutlicher machen können. Ach, da ist der. Was macht der da im Wasser? Der wäscht? Hi, Nazibor. Und, versteht Wojciech jetzt, dass unsere Häuser nicht gleich sind und er paranoid ist? Nun, die Unterschiede haben ihn nicht wirklich überzeugt. Eigentlich haben sie ihn überhaupt nicht überzeugt. Du musst versuchen, dich in seine Lage zu versetzen. Das kannst du doch besonders gut, oder? Er macht sich Sorgen um die Sicherheit seiner Familie. Die Sicherheit seiner Familie? Ich würde ihm oder seiner Familie niemals etwas antun. Sag mir besser, um was es hier wirklich geht. Du musst zugeben, es wird langsam verdächtig. So, ja, es ist nur so, dass Wojciech hat alles. Familie, den Respekt der Leute, könnten bei der Arbeit. Und was habe ich? Nichts außer Einsamkeit, Schulden und eine Arbeit, die jeder Mensch machen könnte. Der stark genug ist, eine Spitzhacke zu halten. Aber seine Einrichtung oder seinen Haarschnitt nachzumachen, führt doch zu nichts. Du wirst dadurch nicht zu ihm oder lebst sein Leben. Äh, oder also beneidest du ihm. Ich verstehe. Aber es gibt dir noch nicht das Recht, den anderen Angst zu machen. Äh, deine Arbeit ist auch wichtig und viel gefährlicher als seine. Bedenke außerdem, dass du jünger bist als er. Du hast noch Zeit. Mach mal mal die drei. Ich weiß, aber versuch deinen eigenen Weg zum Glück zu finden. Entschuldige dich bei Wojciech. Sag ihm, wie sehr du ihn bewunderst und bitte ihn im Rat. Äh, es gibt kein Aber und keine Entschuldigung für dein Verhalten. Äh, also weißt du damit... Also, weißt du, dass du damit aufhören sollst. Ich fühle ihn mit dir, aber so einfach... Aber so geht es einfach nicht. Machen wir mal die Eins. Versuch deinen eigenen Weg zu finden. Und entschuldige dich bei ihm. Oh nein, das werde ich ihm nie verraten. Dann wird deine Entschuldigung wohl reichen müssen. Okay, haben wir das geklärt. Und dann... Dann holen wir gerade mal Hedi ab. Ja, die Quest, ähm... Meinungsverschiedenheiten unter Nachbarn. Wenn man danach googelt... Findet man noch so ziemlich direkt als erste Antwort. Das ist eine Quest aus der Hölle. Äh... Also haben da wohl... Einige ihre Probleme mit. Aber das mit den Lampen ist noch fies. Also für mich sehen die von der Höhe her unterschiedlich aus. Aber gut. Offenbar nicht so unterschiedlich genug. Dass es, äh... Als Unterschied gelten würde. Naja. Naja. Dann können wir jetzt aber ganz beruhigt nach Hause reiten. Und dann mal gucken... Dass wir, äh... Das Holzrad auf jeden Fall mal machen. Das wäre, glaube ich, natürlich was eine Option. Da müssen wir mal ein paar Dinge machen, dass wir ein bisschen Geld verdienen. Das wäre, glaube ich, auch kein Fehler. Was ist da oben eigentlich? Was ist da oben eigentlich? Nichts. Das sieht aus wie eine Art Steinbruch oder sowas. Verlassener. Verlassener. Ja, einmal besser einmal zu viel, als einmal zu wenig nachgeguckt. Und... So, dann sind wir jetzt auch gleich wieder daheim. Achso, ich könnte auch einfach hier lang reiten, ne? Ich muss ja nicht zwingend den Weg nutzen. Ja, aber das mit der Altersanzeige beim, in dem, wenn man diese Kontrolldings da macht, das finde ich, finde ich eine gute Sache. Man sieht die Eigenschaften und man sieht die Alter, wie alt sie sind. Weil gerade wenn man NPCs zusammensteckt, ist das ja wichtig, wie groß der Altersunterschied ist. Weil mehr als neun Jahre Unterschied geht nicht. Also geht schon, kann man machen, aber dann gibt es keine Kinder. Oder mehr wie zehn, ich meine neun. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Von dem her ist das nicht ganz unwichtig. Und dann können wir mal gucken, dass wir das andere Haus noch umbauen, dass wir Steinwände daraus machen. und auch ein Holzbretterdach. Da haben wir jetzt noch ein paar Dinge, die wir tun können. Und ja, Wiesent. Wiesent ist so ein Thema. Jage Wiesent und ein Holzrad brauchen wir. So, aber die letzte Quest, die wir noch haben, ne? Jetzt gucke ich gleich mal nach. Aber ich meine, das wäre die letzte Quest, die wir noch von den ganzen Hauptquests aktuell haben. Aber es gefällt mir, wie sich unser Dorf hier so entwickelt. Muss ich echt sagen. Gefällt mir sehr gut. Achso, hier müssen wir hin. So. Einmal Sattel. So, jetzt hast du wieder frei, Hedi. Den können wir gerade auch noch mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Hi, Stinker. Jetzt bist du nicht mehr alleine. Es ist deine Hedi wieder da. Wie viel Futter haben denn die? 60 Prozent. Können wir mal noch wieder ein bisschen auffüllen. Nicht, dass wir das vergessen. Oh, ich schleppe ja noch Bretter mit mir rum. Upsi. Tierfutter. Holzschalen. Könnten wir gleich noch ein paar machen. Holzteller haben wir noch. Tierfutter. 10 nehme ich mal mit. Das könnte reichen. Hoffe ich. Nee, reicht nicht. Dann holen wir noch mal 10. Dann sollte es reichen. So, Tierfutter. Jetzt sollten wir die 100 Prozent voll kriegen. Jawohl. Guten Appetit. Dann, genau, muss ich Dings machen. Ach, hier ist ja unser Sohnemann. Hi, Adalbert. Oder Adalbert. Äh, was beschäftigt dich? Du hast deinen Stein verloren. Danke, du auch. Er hat seinen Stein verloren. Welch ein Drama. So, machen wir gerade mal vier Stück. Das sind dann 20... 20 neue Schalen. Das sollte... Ah, und was brauchen wir für ein... Oh. Okay. Also bis wir die Quest machen können, da vergeht noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen sehr viel Zeit. Das sehe ich schon. So, 20 Holzschalen. Dann würde ich mal oben gern bei der Landwirtschaft... Dings... Dings machen. Äh, die... Oh, die Setzlinge könnten wir vielleicht noch setzen. Habe ich noch mehr? Hopfen. Hopfen Setzlinge haben wir noch einen. Ähm, die Zäune. Die würde ich gerne noch machen. Kupfererz. Wie viele Steine haben wir denn? 18. Da kommen wir natürlich noch nicht so weit mit. Mit 18 Steinen kommen wir noch nicht so weit. Und ich muss was essen, sehe ich gerade. So. Ja. Großer Macht kommt große Verantwortung. Das siehst du völlig richtig. Steine sammle ich vielleicht später besser. Die hier würde ich nämlich gerne mal machen. Das sind hier unsere Felder. Ups. Muss ich erstmal wieder zu Atem kommen. Äh, einen zu wenig. Bräuchten wir genau einen mehr. Naja. Beziehungsweise 5 brauchen wir noch. Dann haben wir zumindest die eine Reihe fertig. Ich könnte natürlich auch hier... Kriege ich schon Material zurück. Äh, was ist das hier? Baumeister. Langsamerer Haltbarkeitsverlust. Wo ist das denn? Wasserläufer. Handwirkliches Können. Handwerker. Verputzte Wände um den Verbrauch. Baumeister. Schnelleres Handwerken. Baubesessenheit. Geübter Baumeister. Wo haben wir das denn? Kenntnisse der Gewinnung. Schatzjäger. Naturmeister der Zerstörung. Das ist genau das Hammer. Okay. Das war das, was ich wissen wollte. Dann können wir nämlich hier... Die Holzwände weg machen. Hier wohnt ja keiner mehr. Die Leute haben wir ja ausziehen lassen. Nicht wahr? Dann kriege ich hier nämlich die Holzstämme schon wieder. Oh. Den Dachboden wollte ich nicht. So, dann können wir das hier nämlich auch schon mal umstellen. Auf Steinrand. Dann gehen wir hier nämlich auf Steinwände. So. Und da auch. Und hier brauchen wir natürlich... So, ein Dach. Ja. Da bin ich auch... Keine Ahnung, wie lange das dauern würde. So. Dann können wir das nämlich gerade noch... Fertig machen. Jetzt haben wir wieder genau eins zu wenig, ne? Aber egal. Egal. Vielleicht hole ich die jetzt gleich noch. Es sind wieder genau fünf, die fehlen. Die holen wir jetzt noch. Die fünf holen wir jetzt noch. Dann haben wir nämlich die erste Reihe fertig. Da müssen wir echt andere Dinge hinmachen. Da würde ich glaube ich, sobald wir die Technologie haben, gucken, dass wir... Ähm... Und dass wir... Laternen bauen. Ich weiß gar nicht, wie viel Technologie wir da brauchen. Aber Wolle brauchen wir dafür auf jeden Fall. Das heißt, ein Schafstall. So, dann machen wir die noch. Sehr schön. Dann haben wir den nämlich fertig. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann kommt hier... Kommt hier auch einer hin. Dort einer. Oh, genau. Wir haben ja... Ach, das... Es fehlt mir die Hacke. Aber wir könnten schon mal... Die Plantage hier bauen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter... So ist es richtig. So passt's. Dann können wir den Weg hier noch weiterziehen. Sehr schön. Den hier auch. Das müssen wir noch umhacken. Aber das machen wir jetzt nicht mehr am heutigen Tag. Also schon vielleicht in der heutigen Folge. Oder recht sicher in der heutigen Folge. Ich habe ja keine anderen Quests mehr. NPC habe ich noch. Genau. Kann ich nicht machen aktuell. Mir fehlt... Die Technologie für ein... Du hältst nicht viel vom Aberglauben, aber du glaubst dran. Okay. Sieht doch schön aus, ne? So. Aber wir gehen jetzt erstmal... Waschen wir uns. Und dann gehen wir mal pennen. Machen wir noch ein Feuerchen. Das warm ist in der Hütte. So. Guten Morgen, mein Lieber. Was beschäftigt dich? Du kannst sagen, was du willst, aber du wirst mich nicht davon überzeugen, dass der Begriff Ein-Öd-Hof zufällig entstanden ist. Hier steht es in unserem Königreich. Gibt keine Probleme. Aber es regnet heute. Es ist kein schöner Tag. Das muss ich mal so feststellen. So. Bretter. 22 haben wir. Achso. Ich könnte jetzt erstmal eine Hacke holen. Dann machen wir... Kupfer. Wir haben gar keine Hacken. Wir brauchen Hacken. Holzstämme. Kupfererz. Kupfererz. So. Dann machen wir geschwind mal Kupferhacken. Und dann würde ich noch ein bisschen Erz sammeln, glaube ich, vorher. Und dann gucken wir mal weiter. Gehen wir gleich nochmal in die Mine. Haben sie ja hier direkt, ne? Kupferbarren. Dann sammeln wir gleich noch einen Schwung Kupfererz. Und ich muss mal gucken, ob ich genug Technologie habe, dass ich endlich die Bronzehacken freischalten kann. Das wäre so cool. Wenn das endlich ginge. Kupferhacken. 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 Vier Stück. Genau das, was ich wollte. Sehr gut. Sehr gut. Ganz genau das, was ich wollte. Dann liefern wir die ab. Dann gucke ich mal, ob ich mir eine Steinspitzhacke selber kräfte. Könnte ich eigentlich, ne? Brauche nur ein paar Steine sammeln. Da soll es ja nicht dran scheitern. Ach, ich brauche gar nicht so viele sammeln. Wobei, wir können welche eben Dings gebrauchen. So, Kupferhacken. Drei packen wir da hin. Was habe ich hier noch? Ach genau, die Apfelbaumsetzlinge wollte ich noch machen. Kupferbarren, Stein machen wir mal bis auf Stroh haben wir noch. Was brauche ich denn für eine Spitzhacke? Einen Holzstamm. Einen Holzstamm. So, da können wir uns. Ach, vier Steine brauche ich. Okay. Das kriegen wir hin. Zwei Stein. Ne, drei Stein und vier Stein. So. Dann können wir hier oben jetzt nämlich. Kupfer. Ne, die Axt nicht. Die Hacke. Dann können wir hier nämlich das Ding jetzt noch hacken. Jetzt habe ich das Säckchen vergessen. Ich blöde Nudel. Ei, 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 ei. Ich mache das zu selten. Weil dann würde ich nämlich gerade den... Die Bäume gerade noch setzen. Und, äh... Dann können wir ein bisschen Kupfer farmen. Wie viele Säckchen haben wir denn? Gar keine. Okay, das sind weniger. Dann machen wir da auch gerade mal einen Schwung. Machen wir mal 20 Säckchen. Ähm... Können wir aber machen, wenn wir hier draußen ein bisschen... Die Gegend beobachten. Und den Hahn... Sehen wir den Hahn langlaufen. Und... Dann haben wir zumindest ein bisschen was zum Gucken. Es ist auch interessant, wie sich die Bäume biegen in dem Wind. Also schon sehr, sehr schön animiert alles, muss ich sagen. Also da merkt man halt wirklich, wie... Unglaublich viel Liebe die Entwickler in das Spiel stecken. Auch einfach die Tatsache, dass... Unheimlich viele Updates gekommen sind seit dem Release. Unheimlich viele neue Funktionen, neue Dinge. Eine komplett neue Map. Äh... In dem Multiplayer alles und... Ja... Alles kostenlos. Ist alles ein kostenloses Update auf das eigentliche Spiel. Also das muss man schon sagen. Hut ab! Das ist sowas von nicht selbstverständlich. Aus den ganzen Dingen, die hier reingekommen sind, hätten so viele andere Entwickler einfach DLCs gemacht. Oder Publisher. Also es ist ja nicht nur der Entwickler, es muss ja auch der Publisher mitmachen, ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Also da muss man noch sagen... Hut ab! Toplitz! Dass die das so mittragen. Ich meine, Medieval Dynasty scheint ja genug Geld einzubringen. Aber... Es gibt ja genug Leute, denen genug nicht genug ist. Von dem her... Von dem her... Feier ich das echt... So... Hier können wir... Hopfen... Hopfen... Das feier ich echt total. Achso, das ist der Zaun. So, wo können wir denn hier noch... Obstbäume unterbringen? Ach, wir haben vorne im Garten. Da müsste ich noch einen pflanzen. Ist die Frage, kriegen wir hier auch irgendwo einen unter? Oder hier? Haben wir hier eine Chance? Haben wir. Würde ich aber dann dichter an den Zaun machen. Genau so. Genau so. So. Und Apfelbaum haben wir. Und hier vorne haben wir ja auch schon einen. Den muss ich nur noch... Den hätten wir auch noch dichter dahin machen können, ne? Ich glaube, das machen wir auch. Noch haben wir nichts groß kaputt gemacht. Äh, minimal. Das wäre so schön, wenn man das einfacher machen könnte. Und nicht jedes Mal hier neu ansetzen muss. So. Haben wir auch. Und dann auch hier der... Apfelbaum. So. Sehr schön. Das wird... Könnten noch einen Schluck trinken. Ach genau. Und dann wollte ich ja... Kupferfarmen. Und ich wollte geguckt haben, ob wir genug Technologi... Oh. Hi Hedwig. Ob wir genug Technologie für... Bronze-Spitzhacken haben. Da muss ich hin. Säckchen kann da rein. Und die Kupferhacke kann da rein. Wie sieht das Werkzeug technisch aus? Wir haben eine Axt. Schaufel haben wir. Wir haben Messer. Fischsperre. Holzhammer haben wir. Kupferexte haben wir. Kupferhammer haben wir. Sicheln haben wir. Steinspitzhacken haben wir. Ja. Das sieht doch alles gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Unser Sohn ist... Also ihr bald... Bald mein Lieber. Was ist eigentlich der andere? Ist das auch ein Sohn? Oder ist das eine Tochter? Igor ist auch ein Sohn. Okay. Ja. Nicht mehr ganz lange. Dann wird er hier auch rumtouren. So. Sehr schön. Amboss ist frei. Dann kann ich gerade mal gucken, ob das... Ob das Schema... So generell. Ne. Uns fehlt immer noch Technologie. Okay. Müssen wir noch mehr Crafting machen. Ups. Ja. Da werden wir dann aber in der nächsten Folge reingehen. Meine Lieben. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gern ein Like. Einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.